Musik Damit wir mal schön ordentlich Danke sagen können, haben wir ein bisschen was vorbereitet, Jungs. Ihr könnt euch mal umdrehen in Richtung Leinwand. Ein bisschen wie auf unserer Silberhochzeit. Ja, geil, ne? Ihr dürft auch alle schön klatschen, wenn die Leinwand jetzt hochfährt. Und einen riesen Tickel Applaus nochmal für unsere Freunde. Ein Applaus für die Andersen! Ach, warum, warum? Wir wollen auch mal unsere Anerkennung zeigen und haben euch so ein bisschen in groß verfrachtet. Sehen Sie nicht gut aus. Sehen Sie nicht verdammt, verdammt nochmal. Mach auf. Unfucking fastbar geil, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank an euch und auf weiterhin viele geile Partys. Und jetzt habt euch eure Pause redlich verdient. Dankeschön! Danke euch, lieber, danke euch. Vielen Dank, lieber, dafür schulden wir euch. Dafür schulden wir euch heute Party bis um vier Uhr morgens. Das ist das Morgen. Hübsch,ince, ne? Bis zum nächsten Mal.